Ja hallo meine lieben GeolebenTV, Zuseher, Abonnenten, Freunde und die es noch werden möchte. Ich wünsche euch auf diesem Wege einen super, super coolen, guten Rutsch in ein neues, bewusstes, cooles Jahr 2022. Eine kleine Vorankündigung, am Sonntag wird wieder ein Video hochgeladen und zwar geht es um Boa Borax, die Zirbeldrüse, die vor allem eben auch als das dritte Auge für höheres Bewusstsein gesehen wird und was man dafür eben tun kann, damit diese Zirbeldrüse so richtig gut funktioniert. Das Video werde ich spätestens Sonntagvormittag hochladen. In dem Sinne einstweilen, kommt heute gut rüber, Happy New Year für 2022. Alles Liebe, euer Geo und dann am Sonntag eben, Vormittag, das Video, Boa, die Zirbeldrüse und Aufbruch in eine neue, bewusstere Zeit. In dem Sinne, alles, alles Liebe.